Mir läuft meine scheiß, scheiß Nase und hier ist nirgendwo ein Taschentuch und ich habe übertrieben keinen Bock aufzustehen. Ich überlege die ganze Zeit hier, wo ich hier irgendwie, hier ist eine Anleitung, eine Betriebsanleitung von der Klimaanlage, ob ich da einfach mal richtig reinschniffe und dann schmeiße ich das Ding weg. Hier ist nichts. Blatt Papier haben wir hier noch. Original verpackter Fortnite-Pullover, mein Weihnachts-Fortnite-Elfen-Kostüm. Styropor. Scheiße, ich muss aufstehen. So ein Kack. Ich habe jetzt richtig schlechte Laune. Ich habe Muskelkater von gestern, muss jetzt aufstehen. Meine Freundin hat gerade drei Freundinnen da und die bereiten gerade zu vierten Salat zu. Das finde ich irgendwie übel witzig, weil das würde ich niemals in meinem ganzen Leben machen. Ich würde lieber in den Knast gehen, bevor ich mich jetzt mit drei Freunden treffe und einen Salat mache. Sie weiß, ich bin flexibel.